So, liebe E-Bike-Freunde, heute fahren wir wirklich mit dem EMTB-Mode durch den Wald. Weil letztes Mal war es nur ein kleines Waldstück, da verstehe ich dann wahrscheinlich auch diese Daumen nach unten. Aber heute wirklich EMTB durch den Wald. Durch das Wildschweingehege. So, liebe E-Bike-Freunde. Nach echter langer Pause endlich mal wieder Videos. Ja, das Wetter war wirklich heftig. Der Sturm, was durchgewütet ist, da konnte man halt nicht fahren. Was sagt die eigentlich zu diesem Coronavirus, der ja Leute wirklich in Angst und Schrecken verleitet? Seid ihr auch so ängstlich oder denkt ihr, naja, wenn ich ein gutes Immunsystem habe, macht mir dieser Virus gar nichts? Oder seid ihr auch schon die Hamsterkäufer? Also ich kaufe ganz normal ein. Es ist schon krass, muss man schon sagen, dass wir jetzt so ein Virus haben. Oder seid ihr da eine andere Meinung? Gerne in die Comments. Ich liebe an der sie. Ich liebe ihn. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. ganz schön anstrengen mit 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 Geschwindigkeitsquiz.